Herzlich Willkommen zu einer neuen Betrachtung unseres Studiums bezüglich des Jakobusbriefes. Wir haben in der letzten Betrachtung das Thema gehabt, die Demut der himmlischen Weisheit. Wir haben versucht, die Eigenschaften eines weisen Menschen zu betrachten. Und heute, sozusagen als Anfügen an das letzte Studium, wollen wir uns mit dem Thema des Gegenteils von Weisheit betrachten, nämlich von der Torheit. Der Bibelvers, der uns da hervorsticht, das sind viele von Ihnen, aber er steht in Sprüche 14, Vers 29 und da übersetzt die Schlachter Bibel, der Langmütige ist reich an Einsicht, der je zornig aber begeht große Torheit. Und die Luther-Übersetzung sagt, wer geduldig ist, der ist weise. Wer aber ungeduldig ist, der offenbart seine Torheit. Das ist Sprüche, Kapitel 4, Vers 29. Wir finden sehr viele dieser Gegensätze, die zwischen Weisheit und Torheit, zwischen Geduld und Ungeduld stattfinden. Wir müssen sehen, was will denn die Schrift uns darüber erklären, was ist das, was wir lernen müssen, damit wir weise sind, was gleichzeitig bedeutet, wir sind geduldig. Wir haben sicherlich nicht vergessen, dass wir im Jakobusbrief einen roten Faden haben. Und der rote Faden ist, dass wir geduldig werden sollen. Das heißt, die Geduld wird beweisen, dass wir weise sind oder dass der Glaube seine Funktion erfüllt hat, aus uns Menschen zu machen, die nicht mehr die Sklaven sind, der Ungeduld oder der Torheit. So, schon ganz am Anfang des Jakobusbriefes sehen wir, dass der Mensch durch die Beziehung, die er haben soll zu den Anfechtungen, die er aufgrund seines Glaubens lernt, geduldig zu sein. Aber die Geduld macht etwas, dass er vollkommen und vollständig und ihm an nichts mehr mangelt. Und hier am Anfang, schon im ersten Kapitel, als er beschreibt er uns gewisse Grundsätze und geht sofort dann im Vers 19 und sagt darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das in euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu retten. So, wir sehen, wenn wir die Weisheit betrachten, wenn wir die Eigenschaften, dann geht es ja darum, dass der Schmutz ist die Nichtfähigkeit zur Selbstbeherrschung und dass wir die Sanftmut, ja, dass wir das lernen, in unser Leben hineinzubringen, durch die Kraft des innewohnenden Wortes Gottes in unserem Leben. Und wir wissen, dass auch ein Bibelschreiber in seiner Tätigkeit das, was wirklich er rüberbringen will, wiederholt. Und so finden wir den roten Faden immer als Wiederholung. Und besonders finden wir ihn hier am Ende des Kapitel 3, wo es darum geht, dass wer aber bitteren Neid und Selbstzug im Herzen habt, so rühmt sich euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Das heißt, es ist eine Torheit. Ja, eine Torheit. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 4, was ja letztendlich anschließend an denselben Gedanken anhängt, wo geschrieben steht, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr seid gärlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feinde Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht der Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. So, wir haben hier diesen Abschnitt, der zusammenhängt mit der ganzen Grundidee. Er versucht, zwei Dinge zu unterstreichen und ich habe versucht, das immer wieder klar zu machen, dass wenn, was wir sind als Geist, das bin ich und jetzt habe in jedem Umstand zwei Möglichkeiten. Ich habe nur zwei Möglichkeiten der Reaktion. Ich kann entweder das, ich sage jetzt mal, böse Auge nehmen, um daraus die Taten zu tun oder ich kann durch die Wahrheit handeln und tun. Und die Früchte, die Taten sind offensichtlich. Das heißt, die große Not, die Gott hat mit uns und mit seinem Volk ist, dass wir betrogen sind in unserem eigenen Inneren, meinen aber, wir sind richtig. Und deshalb muss uns Gott mit einer Menge von Worten und mit einer Menge von Dingen, die wir tun, uns beweisen, dass die Quelle, aus der wir sie heraustun, nicht stimmt. Und so versucht er, da dieses Schreiben ja besonders geschrieben ist für die letzte Generation, für die letzte Gemeinde, die hervorkommen soll als Erstlingsfrucht, da muss dieser krasse Gegenseitigkeit uns klar werden, sodass wir uns von dem einen entfernen können und zu dem anderen hinwenden. So, dort wo Streit ist, ist es klar, dass es nicht aus Gott kommt. Und gucken wir uns doch unsere Gemeinde an, oder gucken wir uns, egal in welcher christlichen Gemeinde wir sind, der Streit ist Bestandteil der Gemeinde. Die Diskussionen, der Zorn ist ein Bestandteil des Alltags in der Gemeinde. So, wir müssen uns doch klar machen, wenn ich etwas so wie Streit habe und er sagt dann dort Zorn und er sagt, ihr mordet oder tötet, das ist dasselbe und ihr ihr neidet, ihr kämpft, ihr streitet, ihr tut Dinge, die nicht im Zusammenhang stehen können mit dem Leben eines Christen. Und so bringt er diesen Gegensatz. Man könnte sagen, das ist die die irdische Weisheit besser gesagt, es ist die Torheit, mit der wir behaftet sind. Wir sind blind. Es ist während wir denken, wir sind in der Gemeinde, während wir denken, wir gehen nach vorne, müssen wir doch an den Tatsachen erkennen, dass wir nicht sind, wo wir hingehören. Deshalb ist dieser, ist das, der Schreiber des Jakobus ist ja von Gottes Geist klar geleitet worden und er ist sehr praktisch und möchte durch die Praxis dem Menschen zeigen, bist du da oder bist du nicht da? Wo sind deine Mängel? Weil das ist das, was wir am wenigsten von uns haben wollen. Das ist das, was wir am wenigsten von uns erkennen wollen. Wir meinen, wir sind klug. Aber sind wir es wirklich? Was uns ausdrückt, dass wir die Kinder Gottes sind, ist letztendlich unsere Fähigkeit, die Sachen zu tun. Und das muss uns klar werden. Ja, wir mögen unterwegs sein. Das Ich, haben wir gesehen, stirbt nicht auf einmal. Aber sehen wir täglich unseren Mangel. Sehen wir täglich unser Elend. Dass wir so, wie hier steht im Vers drauf Fühlt euer Elend, trauert und heult. Euer Lachen verwandelt sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. So, das ist der Vers 9 bis 10. Das heißt, bin ich mir bewusst meiner täglichen Notwendigkeit der Erneuerung? Erkenne ich in meinem Wandel mit Gott meine Not? Wir waren vor kurzem in den USA und ich musste dort an einem Flughafen meinen Mietswagen abholen. Und dann habe ich den Shuttlebus genommen und dann kam man zu einem Ort, wo die Mietstation war und es gab eine lange Schlange. Und ich konnte mir ausrechnen, dass an dieser Schlange ich mindestens eine Stunde stehen werde, bis ich mein Auto kriege. Und so packte mich das, was uns immer packt. Wir wollen ja effizient sein und keine Zeit verlieren. Wir dürfen nicht verlieren. Und so gab es nochmal einen Hinweis für die Leute, die in Express bevorzugt sind. Das heißt, die können an den Schalter gehen, dort werden sie schnell bedient. Und so versuchte ich es an dem Schalter, aber der Mann war sehr klar. Er sagte, ja, du bist nicht Mitglied in diesem Express-Club, du hast diese Vorteile nicht, so kann ich dich nicht über diesen Schalter bedienen. So musste ich wieder zurückgehen zu der normalen Schlange. Inzwischen kamen noch ein paar mehr und hatten sich vor mich gestellt. Und jetzt bin ich da. Und sicherlich benutze ich meine Zeit und lese und texte und kommuniziere, weil man kann ja, wenn man an der Schlange steht, was tun. Und dann komme ich zu dem Mann und ich gebe ihm die Papiere, er guckt sich das Ganze an, er entschuldigt sich, dass es so lange gedauert hat und ich war immer noch nicht fertig mit meiner Kommunikation. Und dann sagt er mir plötzlich, dass ich den Mietwagen leer zurückbringen soll, mit leerem Tank. Und in dem Moment sage ich ihm aber, aber nicht in einem guten Ton, ich sage, ja, ich habe das Auto so gemietet, dass ich das Tank voll zurückbringe und ich will, dass es so ist, wie ich es angemietet habe. Ich kenne mich nämlich aus, man weiß, jeder, der ein Auto dort uns anbieten will, will irgendwas noch zusätzlich verkaufen, irgendwo noch einen Dollar dazu machen. Und diese Masche ist an sich bekannt, aber jetzt komme ich und erschrecke mich über die Art und Weise, wie ich mit diesem Mann rede. Und als ich dann die Papiere bekomme und er mir sagt, wo ich das Auto abholen kann, redet er mit mir, aber er guckt mir nicht mehr in die Augen. Warum nicht? Ich habe mir schon damals Rechenschaft gegeben, dass ich etwas Falsches getan habe. Aber am nächsten Tag, als ich am Morgen mit Gott die Sachen nochmal überdachte, da musste ich innerlich weinen, weil mir so ein Fehler passiert ist. Und ich musste sagen, Herr, wo war die Schwachheit? Wo war der Fehler? Ich habe einige Fehler entdeckt. Man sollte nie zwei Sachen versuchen, auf einmal zu tun. Seid ihr da nie versucht? Das heißt, gleichzeitig zu texten und mit jemandem zu reden. Er guckt auf euer Handy, aber ihr seid in einem Gespräch mit jemandem. Oder zumindestens, bis er seine Arbeit macht, mache ich meine. Und ich habe mir vorgenommen, dass das nie mehr passieren darf, dass ich mich nicht fokussiere auf eine Sache. Schwer, fällt mir schwer, weil ich denke, ich muss effizient sein, ich muss viele Dinge oder ich muss die Dinge erledigen. und man nutzt jede freie Zeit, um das zu erledigen, was zu erledigen ist. Und das ist nicht falsch. Aber es ist falsch, wenn man es doppelt benutzt, wenn man denkt, man könnte das und jenes gleichzeitig tun. Und dann habe ich nicht gewacht. Ich habe nicht diese Schlange als lauter Freude empfunden, wie Jakobus sagt, empfindet das ihr, wenn ihr angefochten werdet, das als eitel Freude. Ich habe nicht gemerkt, dass das eine Anfechtung war. Ich habe nicht realisiert, dass das gehörte zu der Ausbildung Gottes für mein Leben. Diese Schlange war extra für mich da und musste mir meinen Mangel und meine Not offenbaren. Ich hatte sie noch nie bisher. Aber es war nicht der einzige auf, die einzige Herausforderung, die ich in dieser Woche, das war der Anfang, das war am Montag früh, das war nicht die einzige Herausforderung, der Geduld, die ich hatte in der Zeit. Und es war, wie wenn Gott jetzt sagt, Junge, jetzt musst du es endlich lernen, geduldig zu werden. Zwei Tage später am Morgen, wir müssen um neun Uhr geplant, dass wir wegfahren, damit wir zum nächsten Ziel kommen. Und wir sind um zehn, glaube ich, waren wir noch nicht fertig, nein, wir sind viertel nach zehn Gefahren. Nun, ich hatte mich richtig enthalten, ich habe nichts gesagt am nächsten Tag. Ich habe aber nicht realisiert, es ist eine Anfechtung, es ist ein Programm Gottes. Du musst verstehen, das ist für dich, diese Verspätung, dass du es lernst, weise zu werden. Ich musste erkennen, als wir dann wegfuhren, obwohl ich nichts gesagt hatte, nach außen nichts geziert hatte, als meine Frau mit mir freundlich reden wollte, dass ich total unfreundlich war und im Inneren unter Druck stand. Es war nicht der größte Druck, ich habe viele andere Drücke und dann als nach zwei Tagen noch mein Lippenherpes auftauchte, dann verstand ich die Botschaft, ich muss verstehen, ich muss heulen und klagen, ich muss mir meiner Not jeden Tag bewusst werden und es reicht nicht, die Not zu kennen, ich muss sie überwinden. Ich muss die Weisheit von oben lernen, sonst komme ich nicht weiter. Und das ist der Zustand, in dem ein Mensch in die Gemeinde kommt, er wird neu geboren, aber er ist noch kein neuer Mensch. Er ist immer noch so in seiner Torheit, seines Herzens, so wie die Jünger waren, sie waren alle neu geboren, sie waren von Johannes, dem Täufer, getauft, sie waren ehrlich und aufrichtig und wandelten mit Gott in dem Zustand, den sie kannten, aber um Jünger Jesu zu werden, mussten sie Dinge lernen, die sie auszeichneten vor der Welt, als die Weisen und die Klugen, die selbst beherrscht sind. Waren sie es von Anfang an? Ich denke, wir sind uns alle einig, die Donnersöhne waren nicht von Anfang an, da war Zorn in ihrem Herzen, als sie sagten, Herr, sag uns, dass wir Feuer vom Himmel fallen lassen und diese Stadt verzehrt. Da war Impulsivität, da waren die Lüste da drin, die Leidenschaft kam hervor durch sie und Jesus sagte, ihr wisst nicht, welches Geist des Kindes ihr seid. So brauchten die Jünger Jesu die Bekehrung, mussten sie heulen und klagen über ihre Fehler? Ja, sie mussten es, sofern sie es erkannten. Aber wenn wir es gar nicht erkennen, wenn wir meinen, der Streit und die Eifersucht ist korrekt und wir müssen sie behalten, dann wer soll uns helfen. Wenn wir der Meinung sind, die Streitkultur hat, ist in. Überall streitet, man guckt euch die Welt an, in der Politik, in den Firmen, in Vereinen, überall ist irgendwo immer ein Streitthema, ein Streitpunkt. und man fährt aus seiner eigenen Haut heraus, mal mehr, mal weniger und man ist ein Sklave seiner Torheit. Wie lernen wir, dass wir nie mehr streiten und morden? Dass wir nicht mehr unserem bösen Auge zum Opfer fallen. Es ist ja nicht der Geist, der böse ist, es ist nur das Auge, das uns betrügt und somit handeln wir böse mit einer guten Absicht. Lernen wir es? Bekehren wir uns täglich? oder lernen wir es nicht? Sehen wir unsere Unweisheit oder sehen wir sie nicht? Vor kurzem war ich wieder unterwegs und komme am Flughafen an und ich komme raus und niemand wartet auf mich und ihr müsst wissen, ich bin von Natur ein ungeduldiger Mensch, ein Tor kann man sagen, einer der nicht sehr klug handeln kann, weil er erwartet, dass die Dinge alle immer perfekt laufen. und ich kam und ich merkte, es störte mich, dass niemand da war. Und aber in diesem Moment, wo ich es merkte, oder vielleicht sogar ein bisschen später, kam mir der Gedanke und das ist der Geist Gottes, der in uns arbeitet, der das Wort Gottes, das wir aufgenommen haben, dass wir das danach strebt, so wie hier es geschrieben steht, das danach strebt, mit großem Eifer, Vers 5, wo man meint, es ist schwierig zu verstehen, oder meint hier die Schriftrede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt, es ist der Geist Gottes, der möchte, dass wir verstehen die Dinge und so verlangt er danach, dass wir wachsen im Glauben, dass er uns die Weisheit beibringt und dann kommt mir der Gedanke, das ist für dich, das ist ein Test für dich, dass du Geduld lernst, und in dem Moment, wo ich realisierte, diese Sache geschieht um meinet Willen, bekam ich völlige Freiheit, der ganze Druck verschwand und ich sagte wunderbar, Herr, ich will die Prüfung bestehen, ich will nicht mehr ungeduldig sein, was kann ich in dieser Zeit tun, da ich immer mein Heftchen habe bei mir über den Weg zu Christus und vom Berg der Seligpreise, so nahm ich das Heft und sagte, Herr, sprich zu mir, dass ich was lese, was ich brauche und so kam und hatte ich eine gute paar Minuten und kurz darauf, es hat ein paar Minuten gedauert, kam dann der Abholer. Aber dann war das wiederum nicht die Person, die ich erwartete und da wurde ich wieder in meinem Innersten kam ein Auge auf und sagte, ja, warum bringt nicht der dich eingeladen hat, wieso ja, da kommt der Stolz sofort hoch und du fängst an, wir werden es sehen in der nächsten Stunde über das Urteilen, über das, ja, wenn wir andere verurteilen, so musst du ständig auf der Hut sein, dass dich dein Ich, dein Auge, dieses böse Auge nicht betrügt. Diese Wachsamkeit ist das, was ich strebe danach, sie zu erlangen. Immer für alles gefasst zu sein, ist das nicht etwas wünschenswert? So dass die größte Überraschung einen nicht mehr überraschen kann, weil man im Geiste Gottes ruht weil man weiß, es ist alles geführt durch Gottes Hand und kommt uns zum Besten und wir müssen nicht mehr streiten, wir müssen keinen einzigen Konflikt mehr haben mit irgendjemandem außer dass wir dieses ich sukzessive überwenden, dass es uns nicht mehr betrügt und dass die Wahrheit, was ja auch die Weisheit ist, hervorbringt, die Tätigkeiten die aus ihr kommen das ist die Weisheit Gottes das ist die Geduld das heißt Langmut das ist Zornfreiheit ja ist die Geduld die Freundlichkeit und die ganzen weißen Dinge die wir gesehen haben in der letzten Stunde so anhand unseres Verhalten müssen wir erkennen welchen Geist uns treibt wenn uns die Wahrheit treibt dann treibt uns der Geist Gottes weil dann sagt er unserem Geist wo der Weg lang geht und wir unterstellen uns schaut der Jakobus beschreibt es uns wunderbar er sagt so unterwerft euch nun Gott in Vers 7 widersteht dem Teufel so flieht er von euch naht euch zu Gott so naht er sich zu euch reinigt die Hände ihr Sünder und heiligt eure Herzen die ihr geteilten Herzens seid so das geteilte Herz ja wir sehen es hier ist ja dass wir mal links mal rechts wollen dass wir zwar eine Neigung haben sage ich jetzt mal oder einen Wunsch Gott zu dienen aber uns nicht entschlossen auf seine Seite stellen und das diese Unentschlossenheit zerstört und macht uns kaputt und macht uns fertig die Wankelmütigkeit er spricht davon im ersten Kapitel gleich am Anfang wo er von der Bitte nach Weisheit geht und er sagt er bitte und zweifle nicht weil ein Zweifler kann und wird nichts vom Herrn empfangen so lasst uns das erkennen die Wahrheit kommt von Gott so wenn mein Geist von Gott geführt ist wenn Gottes Geist durch die Wahrheit meinen Geist führt dass ich aus dieser Situation heraus handle bin ich richtig und frei der Satan der Teufel der kann nur durch das Auge kommen der kann uns nur damit betrügen so dass mein Geist sich danach richtet und diese Dinge tut der Geist ist immer mein Geist ist immer der Handelnde er ist nur inspiriert entweder vom Geiste Gottes oder von dem Geist des Bösen er nimmt sich entweder die Wahrheit als Grundlage oder die Lüge und und das ist wichtig dass ich verstehe weshalb soll ich mich Gott unterwerfen ich unterwerfe mich Gott weil ich sage ah das ist das richtige aber das kostet dass ich das Ding auf die Seite tue und das ist widersteht dem Teufel wir können dem Teufel widerstehen indem wir dem blinden Auge unserer sündigen Natur nicht mehr glauben dass sie das was sie uns sagt richtig ist das ist entscheidend dass wir diesen Prozess verstehen und er sagt in uns und erklärt in uns zweimal er sagt so unterwerft euch nun Gott widersteht dem Teufel so flieht er von euch naht euch zu Gott so naht er sich zu euch so das sind Wiederholungen ein und desselben Mechanismus ich muss also in in dem Situation in der ich bin fähig sein die fähig sein zu erkennen wem ich diene diene ich jetzt der Wahrheit indem ich Gottesgeist gehorche oder diene ich der Lüge indem ich dem Teufel zulasse so unterstellt euch Gott bedeutet ich unterstelle mich ihm und damit habe ich eine Erledigung der Sachen oder ich unterstelle mich dem Bösen und damit bin ich ein Gefangener der Lüge ich muss es verstehen ich muss den Prozess begreifen damit ich auch weiß was ich tun soll ist ist mir wichtig für mich sind die Details wichtig im großen im gesamten Bild ich möchte in meinem Leben nie mehr streiten ich möchte in meinem Leben nie mehr zornig sein über einen Menschen ja ich möchte entscheiden können zwischen gut und böse und ich möchte eine Abneigung haben eine eine klare Abneigung besonders gegenüber den Dingen die so scheinen wie wenn sie gut sind und dennoch böse sind das ist ein heiliger Zorn der ist aber nicht über Menschen der kommt nicht zum Ausdruck indem man andere richtet oder über andere spricht oder andere anschreit der kommt nicht davon ich möchte ein Mensch werden der völlig selbst beherrscht ist der in der Lage ist durch den Geiste Gottes sich dem Willen Gottes den ich verstanden habe der das Beste ist für mich unterstellen und gleichzeitig weil es fast ein Prozess ist und dennoch sind es zwei Schritte ich unterstelle mich Gott und ich widerstrebe sofort dem Bösen ich widerstrebe meine sündige Natur und handle nicht so ich nahe mich zu Gott so nahe sich zu mir so es ist ein Prozess den ich lernen muss und den kann ich nur durch viele viele Prüfungen durch ständiges sage ich jetzt mal Wachsamkeit lernen willst du das auch lernen dass in deiner Gemeinde an dem Ort wo du wirkst in dem Umfeld in dem du lebst du der weiseste Mensch wird der friedfertigste der nie einen Kompromiss eingeht so wie der Herr nie einen Kompromiss eingegangen ist mit der Sünde und dennoch nie unsanftmütig undemütig aus der Kontrolle herausgekommen ist ich denke das ist das größte und strebenswerte was wir Menschen die in Sünde gefallen sind erreichen können dass wir wieder die Herrschaft über uns selbst zurück bekommen dass wir wieder hergestellt werden so wie Gott uns gemacht hat Wesen zu sein die nach ihrem Verstand nach dem was sie begriffen haben richtig ist handeln können und nicht die Opfer sind der Umstände ich möchte noch einen anderen Gedanken hier erwähnen der mir sehr wichtig ist der Jakobus unterscheidet zwischen zwei Dingen er unterscheidet einmal von dem Innenleben des Menschen der Zorn und die Dinge die ich tue weil ich angefochten bin und jetzt kommen die mir heraus weil ich einfach nicht wachsam war oder weil ich mich noch nicht selber gekannt habe in dieser Sache so es ist also da und es ist eine Schwachheit das ist die eine Sache die er hier beschreibt aber es ist noch eine andere Sache und die ist schlimmer als das es ist das wo er sagt ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen wisst ihr nicht dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist wer also ein Freund der Welt sein will der macht sich zum Feinde Gottes so ihr seht er schreibt hier über etwas was er schon im ersten Kapitel erwähnt hat im letzten Vers wo er sagt in Jakobus 1 Vers 27 eine reine und makellose Frömmigkeit das heißt ein wahrer Gottesdienst vor Gott dem Vater ist es Weisen und Witwen ihr Bedenknis besuchen das heißt das sind gute Taten man dient den anderen aber das ist nicht ausreichend als Gottesdienst er sagt und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren nun natürlich könnte man sagen auch diese Dinge oder die aus dem bösen Herzen kommen sind sind Befleckungen von der Welt ja das sind Dinge die die man noch nicht überwunden hat aber unbefleckt von der Welt sich bewahren heißt bin ich und liebe ich die Sachen dieser Welt und der Ehebrecher ist ja einer der der nicht eine Sünde tut die einem so entfällt wisst ihr der Ehebruch ist nicht eine Sünde wie der Zorn weil der Ehebruch ist bedacht man fällt nicht in Ehebruch durch einen Zufall der Ehebruch muss vorgedacht sein er muss im Herzen überlegt sein bevor er getan wird er ist etwas anders wie das ungeduldige Warten auf ein Mietsfahrzeug oder auf jemand der dich abholt das eine ist eine Schwachheit und die Sünde aber das andere ist eine Sache eine Sünde die man tut weil man nicht entschlossen ist wem man dienen will und das ist das ist Laudizea nicht weil man nicht nur sieht dass man unfähig ist sich zu gedulden aber man meint auch noch dass man wenn man die Dinge dieser Welt tut dass man etwas Gutes tut was ist das eine ist ich gehe da hinein weil ich es nicht als falsch sehe weil ich ich liebe es ja lieben wir die Welt was ist in der Welt was wir nicht lieben sollten wenn wir um uns herum blicken nehmen wir teil sagen wir an den Witzen dieser Welt machen sie uns Freude nehmen wir teil an der Sprache dieser Welt ich habe mir einen unserer Kongresse im Internet angeguckt und musste feststellen dass die die dort ihre Sache vortrugen eine außergewöhnliche weltliche Sprache Sprachen das heißt man benutzt das Wort wenn man sich ärgert was mit es beginnt man man nimmt es als Realität wenn man auf der Bühne schreit man tut es und benutzt Worte wie die Welt benutzt ganz gleich man schaut sich natürlich die Filme der Welt an man nimmt teil an den an den Sportsachen dieser Welt an der an der Kompetition an der an dem ja wie sagt man das auf Deutsch am besten am 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 Wettbewerb an der Konkurrenz man lebt in der Augenlust wie die Bibel an der Stelle sagt man lebt in dieser Welt und ist in der Welt und liebt diese Welt man liebt diese Dinge weil sie einem Jahr so leicht von der Lippe kommen das ist nicht eine Sünde die man nicht übergehen könnte das ist eine Sünde in der man mit der man lieb äugelt das ist nicht eine Schwachheit die einfach aus einem heraus kommt nein das ist etwas wozu man sich entschließt und sogar sagt oh was ist schlecht wenn ich dieses Wort benutze oh meine lieben Jesus sagt jedes unnütze Wort was aus unserem Munde geht wird gerichtet und ich finde es ja so erstaunlich wenn wir in Kapitel 3 nochmal lesen Vers 6 wo steht und die Zunge ist ein Feuer eine Welt der Ungerechtigkeit so nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern sie befleckt den ganzen Leib und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt wir haben das gesehen die Zunge kommt direkt aus dem Herzen so entweder ist es die Wahrheit die ich über den Geist Gottes sage oder von ihm nehme oder es ist die Lüge die aus dem bösen Auge kommt und die mich vom Teufel gedrückt ich sie aussage die Zunge ist eine Welt der Ungerechtigkeit ja wer hier ist weiß Gottes Geduld Freundlichkeit das ist Gerechtigkeit und das hier ist Ungerechtigkeit Ungerechtigkeit so dieser zweite Aspekt wo der wo Gott kämpfen muss in seiner Gemeinde ist die Weltlichkeit der Gemeinde wir reden wie die Welt wir singen wie die Welt wir ziehen uns an wie die Welt wir haben die Dezentheit wir haben das Maß den Maßstab Gottes verloren deshalb ist es so ein eindringliches Schreien hier des Geistes Gottes oder meint ihr die Schrift Rede umsonst ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist der in uns wohnt umso reicher aber ist die Gnade die er gibt darum spricht der Gott widersteht den Hochmütigen den Demütigen aber gibt der Gnade wisst ihr die Hochmut ist dadurch charakterisiert dass sie meint ich weiß es besser Hochmut Hochmut ist Ungerechtigkeit Hochmut ist das die Eigenschaft wo ich mich hinaussetze und sage naja wenn ich dieses Wort benutze oder diese Geste oder dieses diese enge Hose trage oder was auch immer dass ich da nichts Böses tue weil ich habe ja meine eigene Ansicht der Gerechtigkeit des Schönen und des des Dezenten ja wir sind heute in Extremen und ich muss erkennen wir der Mensch kann nicht wirklich einen guten klaren Weg gehen entweder zieht er sich an so wie wenn er in einem Sack gehüllt ist nicht weit weg von dem was der Schleier ist des ganzen Körpers oder er zieht sich an dass er alles sichtbar wird durch das was er anhat weil es dem Körper genau formgerecht anläuft so gibt es denn nicht mehr etwas was die Würde der Würde des Menschen gerecht ist an Kleidung an Sprache an Ausdruck müssen wir uns denn so in die eine Seite gehen wo man ja sagt da stößt man eher ab oder kommen wir in diese Seite ja da sind wir mit der Welt völlig drin und diese dieses dieses Teil das Satan ist ja der Mode Schöpfer dieser Welt und dann gehen wir danach und können wir nicht etwas haben was irgendwo den guten Geschmack trägt und auch vor Gott angenehme Kleidung ist die weder einen abschreckt noch einen zur zum Sexualität hin zieht sondern die die einfach schön ist und den Menschen seine Würde und Schönheit offenbart die große Not ist dass wir diese Dinge nicht mehr erkennen dass sie falsch sind so tun wir sie absichtlich es ist heute kein Problem mehr mit die weltliche Musik in der Gemeinde zu spielen und zu singen es ist kein Problem Ohren betäubend zu tun die Dinge es ist es ist keine Sache mehr dass dass man auf eine auf eine auf eine Sprache achtet sicherlich sollte man ja nicht in der Gemeinde eine extra Sprache haben aber dass man im Alltag lebt und spricht wie einer der vom Himmel gekommen ist die Not Gottes ist dass wir geteilten Herzens sind und geteilten Herzens meint dass wir absichtlich mit der Welt eine Einheit eingegangen sind und gar nicht mehr sehen dass wir falsch liegen dass wir Gott dadurch verleugnen das ist der Ehebruch der Geistige er er ist offensichtlich weil wir meinen es ist richtig so und ich meine da jetzt nicht die unbedingt den Gottesdienst in der Gemeinde ich meine einfach unseren täglichen Wandel weil der Gottesdienst ist eine Stunde zwei wo die Menschen gehen das ist ja das zeigt zwar auch was in unserem Herzen ist aber was wir im Alltag tun was wir jeden Tag hören was wir jeden Tag sprechen die Art und Weise wie wir uns jeden Tag ausdrücken das ist das was letztendlich beweist wessen Geistes Kind wir sind und wir müssen für zwei Dinge Buße tun das eine dass wir unsere Schwachheiten noch nicht überwunden haben aber dass wir Buße tun in den Dingen dass wir sehen aha ich liebe diese Welt und ich will von der Welt wegkommen das ist eine schlimme Sache weil der Ehebruch ist eine Sünde die man nicht tun muss das ist etwas was man wählt es ist nicht ein Fallen in Sünde das ist eine ein Ausdruck des Innenlebens des Menschen so wir müssen die Sache verstehen was es bedeutet dass wir wankelmütige Herzen haben ungläubige Herzen die die Welt lieben es gibt keinen es gibt keine kein Eins Sein mit der Welt Jesus sagt ihr seid in der Welt aber nicht von der Welt müssten wir uns da nicht in allen Dingen sage ich jetzt mal unterscheiden müssten wir da nicht die sein die ein Licht sind ja wir sind noch in der Ausbildung es geschieht noch in unserem Leben Dinge kommen hervor aber zumindest sind wir nicht Ehebrecher und Ehebrecherinnen das heißt wir tun es nicht absichtlich wir wir kehren uns ab von dem und bitten Gott dass er uns eine Abscheu schenkt vor sowas aber solange ich in dieser Sache beharre und im Ehebruch in dem ich die Welt liebe dann werde ich nicht weit kommen denn der der Welt Freundschaft ist Feindschaft mit Gott und Freundschaft mit Gott ist Feindschaft mit der Welt da gibt es keine kein kein Zusammensein man kann nicht aus der Wahrheit und aus der Lüge gleichzeitig handeln man handelt entweder von hier oder von hier es gibt kein gemischtes Handeln aber dieses dieses ehebrecherische Wesen ist ist es was wir meinen richtig ist ihr wankelmütigen Herzens so steht es hier im ersten Kapitel Abvers 6 er bitte aber im Glauben und zweifle nicht denn wer zweifle gleich an der Meereswoge die vom Winde getrieben und hin und her geworfen wird ein solcher Mensch denke nicht dass er etwas von dem Herrn empfangen wird ein Mann mit geteiltem Herzen unbeständig in allen seinen Wegen so was willst du willst du die Welt mit allen ihren sozusagen Anziehungspunkten ja sie hat gewisse Dinge die nutzt sie das sind Teil unserer Bedürfnisse und verkehrt sie sie verdreht die Dinge sie macht sie falsch rum wollen wir die Welt lieben oder wollen wir sie hassen wollen wir Gottes Kinder sein die ihm unterstellt sind oder wollen wir ein geteiltes Herz haben ein geteiltes Herz ist nicht der Mensch der streitet mit seinem Ich das ist nicht ein geteilter Mensch wenn das in der Gemeinde wäre dann wären wir eine siegreiche Gemeinde weil wir würden Schritt für Schritt Jahr für Jahr wenn ich jetzt so sagen will würden wir würden wir uns verbessern und wir kämen eines Tages zu dem Punkt dass wir reifen würden weil wir wachsen in der Gnade wir werden immer höher aber Ehebruch und Ehebrecherin zu sein dass das geteilte Herz hat keinen Wachstum es bleibt bestehen es ist weltlich es ist betrogen und das ist Abfall weil ein Ehebrecher ist ein abgefallener von Gott ein einer der mit seinem Zorn kämpft nichts weil er lernt er will das wegtun er geht nicht mehr in die Welt er lernt nicht mehr von der Welt das hat er hinter sich gelassen aber nun haben wir in der Gemeinde Gottes die zwölf den zwölf Stämmen Israels das heutige die heutige Gemeinde der Jakobus durch Gottes Gnade schreibt jetzt hat er diesen doppelten Zustand es gibt die einen die kämpfend hochzukommen oder ich könnte sagen die 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 konservativen sind geblendet von ihrer Rechthaberei da werden wir nächstes Mal ihrem Urteil über andere sie sie kommen und stoßen an und finden jeden Fehler den irgendjemand macht und und meinen sie sind richtig richtig sie sind begehrlich und sie morden und neiden und können es doch nicht erlangen und dann haben wir die andere Seite die sagt alles ist erlaubt alles ist gut alles ist richtig die Welt und ich wir können gemeinsame Sache machen mit der Welt gemeinsame Sache macht er meint die Musik und die die das die Sprache dieser Welt die Worte die ein nicht gläubiger mensch benutzt dass das seine Sprache auch sein soll der wird es mit Sicherheit auch nicht schaffen wer dann so unterwerfet euch nun Gott so erkennt dass das das bessere ist nicht unterwerfung bedeutet nicht ich muss das tun nein nein das ist eine freiwilliges ein einsehen wow das ist es was ich will das ist das wozu mich Gott gemacht hat das ist das was meine meine Bedürfnisse stil das ist ich unterstelle mich Gott freiwillig weil ich sehe das ist die Lösung ich tue das nicht gezwungen und ich widerstehe auch nicht dem Teufel gezwungen sondern ich kann dem Teufel nur widerstehen durch Gottes Macht aber dann verstehe ich ihm und dann flieht er wenn er mich nicht betrügen kann kann er mir nichts tun naht euch zu Gott so naht er sich zu euch das müssen wir tun reinigt die Hände ihr Sünder und heiligt eure Herzen die ihr geteilten Herzen seid so es ist also zwei Sachen wir haben einmal den Sünder der das Gute tun will und in Sünde fällt und wir haben die geteilten Herzen sind die ja die mit Gott und mit der Welt wollen das ist der typische Laudizianer der Ehebrecher der ist es mit geteiltem Herzen er kann sich nicht für den einen endgültig entscheiden er muss mal hin und mal her und er versucht gut und böse zu vereinen fühlt euer Elend trauert und heult beide Gruppen müssen trauern und heulen beide brauchen Bekehrung so wird euer Lachen verwandelt sich in Trauer wenn man heute in die Gemeinde kommt oder in manche dann will man nur noch fröhlich sein ja aber lasst uns doch lernen dass wir dann uns wirklich freuen können wenn diese Befleckung unseres Fleisches weg ist euer Lachen verwandelt sich in Treue und eure Freude in Niedergeschlagenheit demütig von dem Herrn so wird er euch erhöhen das ist der Aufruf Gottes an uns so lasst uns klar sein lasst uns unsere Herzen prüfen möchte keinen Kompromiss haben mit der Welt und ich bin dankbar dass Gott so gnädiglich ist er ist da und mach dir dass dir die Welt nicht mehr gefällt wenn du es erbittest wenn du die Boshaftigkeit wenn du das Abscheuliche siehst in diesen Worten in der Art und Weise wie sich die Welt benimmt ich hoffe dass wir verstehen wozu uns Gott berufen hat und dass wir erkennen wir wollen alles abtun wir wollen kein geteiltes Herz haben wenn es etwas ist was mich stört ist wenn wenn wir nicht treu sind ich bete Gott jeden Tag dass er mir Treue schenkt dass ich ihm immer treu bleiben kann ich verstehe die Gefahr aber ich will treu sein ich möchte kein wankelmütiges Herz haben ich möchte keine Unentschlossenheit zeigen gegenüber Gott sondern ich möchte eine eine Festigkeit haben in ihm die nichts überwältigen kann in dieser Welt und ich möchte fortschreiten zur Weisheit hin bis der Betrug in meinem Herzen völlig leer ist nicht mehr vorhanden überwunden das ist das Ziel weshalb Gott uns diesen Brief gibt dass wir aus allen Nöten herauskommen jeder Mangel unseres Herzens muss behoben werden und ich möchte dahin gelangen und ich hoffe du willst es auch und der Sieg ist uns verheissen worden durch den Glauben so wollen wir mit Mut vorwärts schreiten bis jeder Kampf gekämpft und alle Siege errungen sind Amen